Seht mal! Lasst uns das besser von draußen angucken. Wow! Der Cupcake-Baum ist bis hoch über das Puppenhaus hinausgewachsen. Hey, da sind Gappy und Pandi. Hallo da unten! Seht euch nur diesen riesigen blauen Cupcake da oben an. Ich bin's, Radkatz! Ich bin hier! So ein Käse. Sie hören mich gar nicht. Was machen wir jetzt? Wir müssen den Cupcake-Baum wieder auf normale Größe bringen. Kuri, du bist unser Experte. Weißt du, wie wir den Cupcake-Baum wieder verkleinern können? Ja, und ich habe die Lösung genau hier. Streusel? Noch viel besser. Das sind Schrumpfi-Streusel. Wenn wir einige dieser Schrumpfi-Streusel auf den obersten blauen Cupcake streuen können, wird der Cupcake-Baum wieder auf seine normale Größe schrumpfen. Doch wie kommen wir nur ganz da oben hin? Ganz einfach. Wir müssen an dem Baum hochklettern. Ich schätze, ich muss hier einfach warten, bis sie mich finden. Sieht aus, als wären wir unter uns, du riesiger blauer Cupcake. Wenn wir an dem Baum entlang klettern, werden wir irgendwann ganz oben ankommen. Also legen wir los! Der Cupcake-Baum wächst ja mitten durch das Musikzimmer. Hey, habt ihr DJ Katzenminze gesehen? Gabi, Pandi, ich glaube, ich habe hier ein kleines Problem. Hallo DJ, was machst du denn da draußen? Oh, ich hänge nur mit diesem riesigen pinken Cupcake ab. Ich glaube, er mag mich irgendwie, denn er lässt mich einfach nicht los. Ich hänge fest. Kuri, können wir Schrumpfi-Streusel benutzen, um den pinken Cupcake zu schrumpfen? Nope, ich habe nur blaue Schrumpfi-Streusel. Und die schrumpfen nur blaue Cupcakes. Doch keine Sorge, ich weiß, wie man diesen pinken Cupcake wieder zurück auf seine Größe kriegt. Pinke Cupcakes lieben Musik. Wenn wir das Lieblingslied vom pinken Cupcake singen, wird die Ranke schrumpfen und DJ kommt wieder zurück nach Hause. Oho, was ist das für ein Lieblingslied? Wenn ich mich richtig erinnere, geht es so. Schrumpfe, Schrumpfe, Cupcakebaum, bist zu groß für diesen Raum. Okay, Mietekatzen, wir schnappen uns alle ein Instrument und dann spielen wir diesem Cupcake sein Lieblingslied vor. Alles klar. Okay, Kuri, welches Instrument willst du spielen? Ich wünsche mir ein Blasinstrument. Miau. Finden wir ein Instrument für Kuri. Welches dieser Instrumente ist ein Blasinstrument? Ja, die Blockflöte. Und welches wünschst du dir, Pandi? Ich möchte am liebsten ein Tasteninstrument spielen. Suchen wir Pandis Instrument. Welches Instrument hat Tasten? Dieses. Ja. Meine Melodikatz. Okay, ich möchte ein Instrument spielen, dessen Saiten nicht zupfen kann. Also nehme ich die Ukulele hier. Und los geht's. Wir haben die Instrumente, DJ Katzminze. Oho, alles klar, Mietekatzen. Ihr spielt und ich werde dazu mein sautes Stimmchen erklingen lassen. Oh, katztastisch. Es geht los. Schrumpfe, Schrumpfe, Cupcakebaum, bist zu groß für diesen Raum. Sing und spiel dein Lieblingslied. Werd schön klein und helfe mit. Und jetzt alle. Schrumpfe, Schrumpfe, Cupcakebaum, bist zu groß für diesen Raum. Wuhu. Es hat funktioniert. Wir haben es geschafft. Wir haben den Cupcake geschrumpft. Was für ein Ritt. Also ich bin froh, dass du wieder hier bei uns am Boden bist, lieber DJ. Ich auch. Dankeschön für eure Hilfe. Also, ich denke, wir sollten weiterklettern. Wir wollen doch auch noch den blauen Cupcake schrumpfen lassen.